Ich muss mit euch reden. Lass hören. Du müsst den Ding ihr in Lauf lassen. Merlin, mein Vater, würde das nie billigen. Dann würde ich ihm nichts davon erzählen. Hör auf dein Herz. Wenn du nicht dabei bist, werden wir mit Sicherheit erwischt. Hol mein Pferd aus dem Stall und warte auf mich. Ich muss jetzt nach den Wachen sehen. Vielleicht kannst du mir was zu essen besorgen. Oh, fuck. Wir hatten vereinbart, nie über diese Dinge zu sprechen. Welche Dinge? Ich habe dich immer behandelt wie mein Sohn. Aber das bist du nicht. Gaius, was wollt ihr? Es mag nur ein Gerücht sein. Wart vor. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Was wollt ihr damit sagen? Das ist unmöglich. Aber wenn es so wäre? Ich regle das. Bitte entschuldige dich. Das ist ein Irrtum. Du hast dich wohl wieder am Schlehenschnaps vergriffen. Was? Hab Vertrauen, Vater. Du wirst nicht wegen eines närrischen Abenteuers die Zukunft des Königreichs aufs Spiel setzen. Es ist kein närrisches Abenteuer. Der Junge wird nicht der Letzte sein. Und was ist mit dem Ruf Camelons? Hast du etwa keinen Stolz? Ich kann nicht an meinen Stolz denken. Du wirst König sein. Gewöhn dich an den Gedanken. Das kann ich nicht akzeptieren. Damit das klar ist, Arthur. Er wird bei Tagesanbruch hingerichtet. Wo warst du denn so lange? Höhen dich an? Kafe. Du wirst du ihn noch weg. Du bist ein Rätsel, Merlin. Rätsel? Ja. Aber dennoch habe ich gefallen an dir. Ja? Ja, jetzt wo mir klar ist, dass du gar kein so großer Narr bist, wie es den Anschein hat. Ja, geht mir genauso. Wolltest du es mir sagen, wenn es so wäre? Merlin? Wie bitte? Das ist die falsche Antwort. Was? Die scheint etwas zu beschäftigen, hm? Das ist nur... Das ist... Das ist nur... Amen. Amen.